Niki Schelle lädt heute zur Ü-300-Party. Die Fete steigt mit drei Krachern jenseits der 300 Pferdestärken und natürlich mit Matthias Malmedy. Na, Niki? Matthias, was soll das mit der Warnblickanlage? Das ist, weil sich ein bisschen scharf gebremst hat. Aber das hier ist der richtige Kandidat für eine Ü-300-Party. Guten Tag. Der kleine Einser hat schon über 300, oder was? 320 PS. Das ist ja knapp drüber bloß. Und das hier, A-Klasse? Eben, da wirst du staunen. Ein 360 aus zwei Litern Hubraum. Vierzylinder. Das ist Power. Und auch Allrad, oder was? Auch Allrad. Das ist wirklich ein Hammerteil. Ich würd sagen, wir fahren's aus. Genau, let's go. Halt, keine Party ohne Mädels. Ihr Name, Cindy Allemann. Die 28-jährige Rennfahrerin lässt es nicht nur bei der FIA GT1-Weltmeisterschaft krachen, sondern möchte auch Matthias und Niki kräftig einheizen. Hey, Cindy. Hallo. Na? Alles gut? Servus. Ist das ein TTRS oder ein TTRS Plus? Plus. Plus. Ah, okay. Dann hat's ja auch 360 PS. Genauso wie ich. Ich, der Schwächste. Ich hab 320. Ihr beide 360. Aber ich hab'n BMW. Einen M135i X-Drive. Einen M135i X-Drive, um genau zu sein. Von 0 auf 100 in 4,7 Sekunden. Der Preis 44.000 Euro. 360 PS und 280 Topspeed. Für den TTRS Plus sind mindestens 63.000 Euro fällig. Das kleinste aller AMG-Modelle kostet ab 50.000 Euro, aber was können die kleinen Kracher? Drei Kapitel. Bestehend aus Beschleunigung, Platzangebot und Rundenzeit sollen am Ende den König der U300-Party küren. Die erste Disziplin, das Beschleunigungsrennen. Matthias bereitet sich vor. Ja, jetzt kommt das Beschleunigungsrennen und ich bin sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Denn beim AMG ist besonders interessant, er schafft es nur eine Zehntel Sekunde schneller auf 100 als ich, obwohl er 40 PS mehr hat und auch noch einen Tacken leichter ist. Da zeigt sich mal wieder, die Leute von BMW wissen einfach, wie man gute Autos baut. Doch das wissen auch die Jungs von AMG und deshalb bleibt Niki erst einmal ganz entspannt. Doch Cindy macht sich so ihre Gedanken. Der Matias, man muss schon aufpassen, der ist so nett, aber ich probiere immerhin zu beschissen. Cindy aktiviert den Race Start, das bedeutet, dass ein Steuergerät die Parameter für einen perfekten Start errechnet. Ah, ich bin schon vorne. Mein Auto war super. Unglaublich. Boah, alter Schwede. Eieieiei. Okay, TTS Plus, keine Chance. A45 AMG hat keine Chance gegen den BMW. Oh, der BMW zieht ganz leicht. Aber jetzt, jetzt kommt meine Chance. Meine Chance kommt. Auf geht's! Und während Niki um jeden Meter kämpft, beobachtet Cindy alles ganz entspannt im Rückspiegel. Zieh an! Jetzt kommt der. Jetzt kommt der oder was? Auf geht's! Ich komme! Ich komme! Nein, 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 Niki. Das ist nie. Die beiden bleiben stehen hinten und ich bin schon 50 Meter mehr nach vorne. Das ist unglaublich. Geht es sich aus bis zum Ziel? Geht es sich aus? Nein! Nein, 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 nein! Es geht sich aus! Es geht sich aus! Das war knapp. Ganz knapp gegenüber dem BMW. Ganz knapp. Wirklich so knapp, würde ich sagen. Der Schelle hat mich auf die letzten 30 Metern gekriegt. So ein Stückchen. Wahnsinn! Nein, nein, Junge. Alles gut? Leben ist hart, oder? Eine Mädchen und gewinnt gegen die Männer. Ai, ai, ai. Ja, ich hab gewonnen. Das ist wichtig. Genau so lieb's. Das war's. Somit geht der Audi mit einem Punkt in Führung. Der RS Plus markiert die Alpha-Stellung der TT-Modelle. Riesenspoiler, dicke Endrohre und vorne die 360 PS macht, der 5-Turbo-Zylinder. Und trotzdem bleibt ein Fragezeichen. Warum kostet der Plus fast 4000 Euro mehr als der normale RS? Ein stolzer Aufpreis für gerade mal 20 PS mehr. Dafür ist der Innenraum perfekt verarbeitet und die Sportsitze sind allererste Sahne. Nächster Test. Das Ladevolumen. In diesem Kapitel geht es um das Schluckvermögen unserer drei Partygänger. Verschiedene Gerätschaften sollen verstaut werden. Ob alles reinpasst? Die Herren lassen Cindy den Vortritt. Das ist einfach. Das kommt auf meinen Kopf. Und der Rest in den TT. Laut Werksangabe passen bis zu 700 Liter rein. Und auf dem Beifahrersitz soll keiner sitzen, oder was? Nein, ich nehme niemandem Urlaub. Ich gehe alleine. Deshalb kommt der Gymnastikball auf den Beifahrersitz. In den Kofferraum soll ja schließlich noch das Fahrrad. Können wir den Rad wegmachen? Na klar. Doch das Ding wiegt Cindy immer noch zu viel. Kommt Jungs, seid mal Gentleman. Ist super schwer dein Fahrrad. Es ist nicht mein Fahrrad. Nein, wir probieren. Ich würde auf jeden Fall mal den Sattel noch mitmachen. Niki hat ein Fahrrad mit Elektrounterstützung. Das braucht man ab 40. Das hat hinten zwei Räder. Und während die Männer noch die coolsten Partysprüche klopfen, hat Cindy das komplette Rad im Kofferraum verstaut. Und mein Hut kann jetzt hier bleiben. Le Hut. Gut, wir halten fest, Kühlbox und Ventilator ist draußen, alles andere ist drin. Ich finde, ich war wirklich überreicht. Ich habe schon viel mitgenommen. Im Urlaub kann ich schon gehen mit dem Auto. Also jetzt werdet ihr erst mal staunen, was hier alles Platz hat. Nikis oberste Priorität, die Kühlbox muss angeschlossen werden. Danach der Rest. Über 1100 Liter soll der AMG maximal verkraften. Aber reicht das, um alles einzupacken? So, voila. Ist hier noch irgendwas? Ist hier noch irgendwas? Kannst du was sehen? Alles richtig gemacht. Niki hat vorgelegt und alles in die A-Klasse bekommen. Kann Matthias mit dem Einsam mithalten? Schicht für Schicht füllt sich der Frachtraum. Der Münchner hat rund 40 Liter mehr zu bieten als der Benz. Eine leichte Aufgabe für Matthias. Naja. Wer hat jetzt gewonnen? Du hast nicht alles reingekriegt, aber wir schon. Wer hat gewonnen? Ja, wir beide. Richtig. Deshalb gibt's jeweils einen Punkt. Den M135i kennen die meisten mit Heckantrieb. Für 2000 Euro kann man sich aber deutlich mehr Traktion erkaufen. X-Drive heißt das Zauberwort. Der 3-Liter-Reihen-Sechszylinder samt Turboaufladung ist das Sahnestück. Samtig weich und enorm kräftig. Im Innenraum gibt es keine Überraschungen. Mit dem A45 AMG möchten die Affalterbacher den Spagat zwischen viel Leistung und Wirtschaftlichkeit auf einen kompromisslosen Nenner bringen. Das Ergebnis beeindruckt. 2 Liter Hubraum, Turboaufladung, Allradantrieb und ein knüppelhartes Fahrwerk. Wie wir finden, deutlich zu hart. Aber wer fährt die schnellste Runde? Ja, Matthias. Wie schaut's aus? Alles klar. Wenn immer du willst, sobald sich das Auto bewegt, drücke ich drauf und wenn du durch bist, auch. Die Spielregeln sind schnell erklärt. Wer den 1,3 Kilometer langen Rundkurs am schnellsten bewältigt, gewinnt. Matthias legt vor. Überhaupt gar kein Reelspin, das ist schon mal sehr, sehr gut. Jetzt geht's hier mit leichtem Übersteuer raus auf die lange Grat und jetzt brauche ich Leistung. Bremsbuch nicht verpassen, Matze. Hier machen wir das mal, ne? Ja, oooh, 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 oooh. Das war zu weit. Shit, 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 shit. Das hat eine Sekunde gekostet! So und jetzt wieder voller drauf. Uuuuuuuuuh... Leck mich am Heck, der immer beinahe meine Schuhe wegfahren. Aber die Zeit 1 0 7 8 1. Also Sinti, los geht's! Das Auto fährt sich super momentan. Ein bisschen zu viel untersteuert das Auto. Ich kann gar nicht das Auto übersteuern. Aber hier jetzt, die Geschwindigkeit ist unglaublich. Ich bin voll auf die Bremse und das Auto bremst aber nicht auf gut. Ich habe hier viel Zeit verloren und ein bisschen verbremst. Scheiße. Schwierig, das Auto in der Steuern fühle mich ein bisschen zu viel. Blöd. Ah! Was? Was? 1 0 6 8, ich flipp aus. Aber es ist auch kein Wunder mit 40 PS mehr, ne? Auf geht's. Optimale Beschleunigung. Das fühlt sich schon mal gut an. Das fühlt sich sehr gut an. Schöner Bremspunkt. Herr Schelle, schönen Bremspunkt. Wim ist es alle Mann. Ganz sauber fahren wir und schön aufs Gas. Bis jetzt sind wir ja voll im Trend. Bremspunkt schön und drauf. Ja, das würde ich sagen, war optimal. Es fühlt sich gut an und voll aufs Gas, voll aufs Gas, voll aufs Gas, voll aufs Gas. Ja, das ist die Bestzeit. Das wird schnell. Das wird schnell. Oh nein! No! 1 0 6 27. Ich bin sauber gefahren. Ich bin sauber gefahren. Ich bin sauber gefahren. Ich bin jetzt wirklich sauber gefahren. Du bist nicht wie ein Rallye-Fahrer. Nach Punkten gewinnt somit der A45. Ich drehe mal noch eine Runde. Alarm! Yeah! Der BMW ist der beste Allrounder und bietet für uns die beste Mischung. Gegen den kompromisslos auf Sport getrimmten A45 hatte er bei der schnellen Runde das nachsehen. Der TT RS Plus, brutaler Motor, perfekte Traktion und viel Sportsgeist. Leider aber auch ziemlich teuer. Laut und hart, der A45 AMG zieht die Daumenschrauben gnadenlos an und lässt in fast keinem Kapitel etwas anbrennen. Nach Punkten unser Ü300 Partykönig.